Da trittst du nur einmal ganz vorsichtig aufs Gas und BANG ist die Stahlmauer gebrochen. Zehn Kilo Stahl vorletzig, ne? Ihr wollt, dass ich euch eins meiner Mädchen mitgebe? Nee, ist nicht für uns. Bitte? Ich baller in dem Coupé mit 240 über der Bahn. Das ist meine Freiheit. You can run. But you can hide. Boah, geil! Vietnam. Asche zu Asche. Haka, was trinken Sie pro Nacht? 150. Hey, Dieter, alte Saufziege. Was hätte ich also für dieses Fahrzeug zu investieren? Mr. Burnett, I'd like to make you an offer you can't refuse. Ich hab mir das auf ein Fahrzeug bestellt, verstehste? Die Mercedes? Ja, ganz genau, Schatz. Los, weiter, aber vorsichtig. Unter jedem Pfeiler kann ein Feind lauern. Der Pornofix hat meine Hülle gefickt. 100% Authentic. Ich habe den Ruf, dass ich meinen Job ganz besonders ernst nehme. Du hast mich heute schon mal gefickt. Nochmal, tust du das nicht? Bist du das doch nicht? Ich geh den Klaminat los! Der Skoupé hat doch mal an hier! Oh nein, da zählen wir! Da sind doch unsere Kannen drin, Junge, das kannst doch nicht machen! Dann könnte ich das Buch auch noch mal lesen. Wer hat dich denn gefragt, du Penner? Mann! Gott, in dem Fall. Du hast nicht gesehen, das ist nicht gesehen, wie ich es nicht gesehen habe.